Und ich sterb einfach mal. Was war das denn? Alles klar, kannst du mal bitte? Scheiß Flasche, sorry Freunde. Was ist denn das für ein krasser Bug gewesen? Also heftig, Freunde. Ich fliege einfach mal hoch und sterbe an Fallschaden. Das ist so feierlich. Was ist... WTF? Dieser Bug ist ja einfach mal richtig heftig. Moin Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ich zeige euch heute in diesem Video einen kleinen Bug in Retail Row, an dem man sterben kann. Finde ich sehr außergewöhnlich. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das mittlerweile gefixt wurde. Wenn das noch nicht gefixt wurde, könnt ihr es gerne ausprobieren, weil dieser Bug, der bringt eigentlich nur, dass ihr stirbt. Also der hat jetzt keinen Vorteil für einen. Hat eigentlich nur einen Nachteil. Und ja, deswegen denke ich mal nicht, dass man dafür gebannt werden kann. Also ihr könnt es, ja, einfach mal ausprobieren und testen. Also wie gesagt, ich zeige euch das gleich. Das Einzige, was man dann... oder was dabei rauskommt, ist, dass man stirbt. Also das ist jetzt nichts Spektakuläres. Hat, wie gesagt, einen krassen Nachteil. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Loot sammeln. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Gegner hergekommen sind. Aber ich vermute es einfach mal. Ich loot jetzt erstmal hier ein bisschen Stuff und dann mache ich mich gleich schon auf den Weg. Ich möchte nur erstmal hier ein bisschen Save spielen, damit ich jetzt nicht auch direkt gleich sterbe. Ihr könnt natürlich auch ein kostenloses Abo hier auf meinem Kanal dalassen, damit ihr einfach nichts mehr verpasst. Und ich kenne auf jeden Fall noch einen weiteren Bug. Wenn ich euch den im nächsten Video vorstellen soll, dann kann ich das gerne machen. Hier ist auf jeden Fall einer. Okay, Freunde, der ist draußen. Der ist gerade nach draußen gelaufen. Ich werde mir den jetzt holen. Der ist hier hinter dem Haus irgendwo. Ja, der muss jetzt hier irgendwo sein. Ich sehe den halt nicht. Loy, wo ist der? Ach, da. Nice, wunderbar. So muss das sein. Alter, what the fuck? Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den einfach mal nicht gesehen, Freunde. Und dann war das so ein schwarzer Astronaut. Also der war genau vor meiner Nase. Alles klar. Alles klar. Gut, Freunde. Dann zeige ich euch jetzt einfach mal den Bug. Und zwar den Bug, den kann man hier auf jeden Fall machen. Ich glaube, warte. Genau, hier müsste das sein. Und dann versucht ihr jetzt einfach, hier einfach mal reinzulaufen. Ich hoffe natürlich, dass das funktioniert. Okay. Ja, funktioniert jetzt gerade nicht. Muss ich mal gucken. Ich hoffe, normalerweise sollte da was passieren. Falls nicht, dann wurde vielleicht auch schon eventuell der Bug, okay, der Bug wurde vielleicht schon gefixt. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es einfach mal weiter. Man muss auf jeden Fall zwischen der Treppe, also genau hier zwischen eigentlich. Habt ihr es gesehen? Ne. Das war halt dieser Bug-Effekt schon. Normalerweise fliegt man dann ganz weit hoch. Man muss eigentlich, ja. Aber ihr habt es eben schon gesehen. Ja, da kam schon dieser Bug-Effekt quasi. Aber wir probieren es nochmal. Wir probieren es auf jeden Fall nochmal. Es muss auf jeden Fall funktionieren. Ich weiß nicht, wie ich jetzt eben gerade reingelaufen bin. Irgendwie so. Also wirklich in die Wand laufen und dann irgendwie noch dagegen. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal weiter. Vielleicht klappt es jetzt. Okay. Aber ihr habt es eben gesehen, ne? Da kam schon ganz kurzzeitig dieser Effekt zu spüren. Okay, da kam schon wieder. Wieder dieser Bug-Effekt. Also ich muss wirklich anscheinend einfach nur da so reinlaufen. Habt ihr es wieder gesehen? Wieder hat es gebugt. Wieder hat es gebugt. Normalerweise fliegt man dann halt einfach hoch. Ja, schon wieder. Also ihr seht es. Es bugt schon. Ob man nun jetzt hochfliegt, das weiß ich nicht. Normalerweise schon. Ja. Aber vielleicht haben sie es auch gefixt. Vielleicht fliegt man doch nicht mehr hoch. Normalerweise sollte das funktionieren. Ja, schon wieder. Also ich muss dann halt irgendwie noch nach rechts, also gegen diese Treppe laufen dann. Jetzt also einmal hier rein und dann... Ja, okay. Schade, dass das gerade nicht so funktioniert. Oh, jetzt! Habt ihr es gesehen? Ja! Ich bin einfach mal hochgeflogen. Ich bin einfach... Normalerweise fliegt man einfach viel höherer. Und dann kriegst du auch richtig gut Fallschaden. Aber ihr habt es gesehen, ja? Es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Normalerweise fliegt man halt wirklich viel, viel höherer. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Und wenn es dann klappt, dann zeige ich euch das auf jeden Fall. Also ja, ist auf jeden Fall nice, dass es schon mal einmal so ein bisschen geklappt hat. Schon wieder. Also man muss es probieren. Man muss es weiterhin probieren. Ihr könnt das natürlich auch ausprobieren, ob es bei euch auch klappt. Vielleicht fliegt er dann auch einfach mal ein bisschen hoch. Ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Und dieser Bug sollte eigentlich mit dem Update gefixt werden, was rauskam. Haben sie anscheinend noch nicht gefixt. Also, falls jetzt irgendwer das sieht, dann könnt ihr das natürlich auch gerne teilen, das Video. Damit die das einfach beim nächsten Mal dann fixen können. Ja, da bin ich geflogen. Und ich sterbe einfach mal. Was war das denn? Alles klar, kannst du mal bitte? Scheiß Fleischer. Sorry, Freunde. Was ist denn das für ein krasser Bug gewesen? Also heftig, Freunde. Ich fliege einfach mal hoch und sterbe an Fallschaden. Das ist so feierlich. Was ist... WTF? Dieser Bug ist ja einfach mal richtig heftig. Ja, Freunde. Ich habe auf jeden Fall noch einen weiteren Bug am Start. Und den kann ich euch dann beim nächsten Mal einfach auch zeigen. Lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr könnt das, wie gesagt, selber ausprobieren. Lasst auf jeden Fall noch ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und ein kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ja, Freunde. Dann wünsche ich euch jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Eine schöne Woche vor allem. Und bleibt einfach fett und fruchtig. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.